Oh, ich heule jetzt schon. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Wir nehmen jetzt Ostern, da fällt mir aber kein Bescheuersatz ein. Aber du schleichst 300 Sachen mit Hasen dann. Also lasst es uns mal probieren. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ich bin fertig. Fertig. Bin mal gespannt, was bei mir reinterpretiert wird. Es reißt so ein bisschen die Qualität der Zeichnung immer raus. Man sieht immer so, ah, Melle, das sieht gut aus. Okay. What? What? Das denke ich mir auch gerade. Ich glaube, dass ich nicht alles draufkriege, was hier vorgeschlagen wurde. Könnt ihr mal nicht fertig sein? Echt? Wird es dann schneller? Nein. Wird es nicht einstellen vorher? Wird es nicht. Aber ich wollte trotzdem sagen, ihr solltet dich fertig machen, ja? Aber der Druck erhöht sich, oder was? Ja, so ungefähr. Das sind Leute sind fertig geworden. Hallo? Ich habe was vergessen. Pff, habe ich nicht geschafft. Was ist das? Ähm. I guess. So. Machen wir es mal so. Und hoffen, dass das passt. Mh. 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 Nein. Wie ist es? Wie passiert so viel auf dem Bild? Mir ist gerade mein Essen runter geworden. Das ist so kacke. Keine Ahnung, ob das erkennbar ist. Keine Ahnung. Ja, super. Das reicht nicht. Ich mach dem noch süße Bäckchen. Das reicht nicht. Ich mach dem noch süße Bäckchen. Naja, für mehr reicht es echt nie. Wenn jemand das, was ich jetzt gerade gezeichnet habe mit der Programme, der kriegt von mir ein Bier für die Schmerzen. Ja, also ich bin hier immer viel zu hart beschäftigt mit Malen. Ich komm jederzeit nur hinterher. Habe ich das mir gerade schon geschrieben? Achso, okay. Ich bin mir so. Ja, ich hoffe das hat funktioniert. What the heck? Why? Was? Why? Yeah, so viele Striche, die die gleiche Richtung gehen. Das ist doch nervig. Ja, jetzt kann ich auch gerade. Ich glaube das ist einfach schon was zu vieles an, an, ne, weggerationalisiert. Menschen werden das nie verstehen, was ich von ihnen will. Das hat sich. So. Ich hab, ich hab begonnen mit. Okay, jetzt bin ich gespannt, dass da rauskommt. Jesus erklärt dem Osterharten seine Aufgabe. Das fand ich, relativ osterlich. Am, ähm, Handy ist aber auch echt sportlich. Ach, der Mittelfinger gezeigt. Der Mittelfinger ist ja geil. Wer ist eigentlich ohne Zorn? Jetzt weiß ich wie, wie das kam. Haar so weint, weil ein Mensch brennt. Moment, ist grün unten, wieso ist denn da ein Mensch brennt? Und war das Kreuz sehr, sehr gut erkennbar. Ich bin mit dem Mittelfinger immer noch am besten. Und wer ist Walmart? Das hab ich gekriegt, ey. Ich dachte so, what? Ab dann gehts gut weiter. Ah. Numi super. Eisgift kann man sich das runterladen? Geil. Ja, ganz bald. Du hast nicht mitgekriegt, ist nicht durchgekriegt. Ah, okay. Okay. Kommen wir mal zu Melles Geschichte. Oh nein, Tinker, dann musst du dir das Wort angucken. Ostern wird wegen Benni ab... Ach du, von dir hab ich das gekriegt. Ach, Mensch. Das Danke Merkel hab ich nicht hingekriegt, ja. Das ist wichtig. Das hab ich nicht hingekriegt, ich hatte keine Zeit. Du siehst, wo die Zeit... Oh, nee, nee. Oh Gott. Tinker das kriegt, der kennt dein Zebrakostüm. Ich hab mit dem Zebrajump-Suit deswegen so gemalt. Ja, ich weiß, das passiert dann auch jeder Auto... Das ist aber auch kein T-Guy. Ich hab keine Ahnung wie die Dinger da unten sehen. Das ist irgendwie verkehrt. Das ist so wie ein Zahner, der die Zähne hausen. Ich hab angefangen und dachte, das sieht aus wie ein Delfin. Das muss ich dann auch nicht alles... das ist ja geil geworden das ist der moment gewesen wo ich mal zeit hatte zum jetzt schon das habe ich nicht erkannt wollte noch ich wollte noch nachts machen aber ich hatte auch einen mit blonden haaren und dachte so vielleicht das habe ich nicht erkannt ich hatte vorher dein zeug mit merkel schon dachte ich wäre noch einmal auf merkel gekommen und ist unglücklich das war das also dieser unglückliche gesichtsausdruck das ist das was merkel da ausmacht und dieses hier rauten zeichen ja ich finde es ging um mich ja also du bist eine persönlichkeit er suche am notpulat habe ich gespannt versteckt sich im igl und jemand klaut die eier von jemandem das ist voll süß ich dachte mir was ist das denn für ein teil da oh mein gott oh mein gott ich finde es super dass er auf dem handy noch hingekriegt hat eine gebückte haltung zu malen ich bin richtig nah mit dem gesicht an an bildschirm gegangen wenn ich zoll monitor und dachte mir so so wenig was für die uns gegeben ja war auch wie kann man den hasenkäfig erkennen ja eben was ich dann auch da und ich habe keine katze im hasenkäfig da her kommt das jetzt weiß ich genau was ich gezeichnet habe so was er von tiger doch gekriegt mario fährt ein looping auf einem motor und verlieren da hat jemand nein wer hatte die mario mütze gelb gemacht mit schwarzem m was mit schwarzem m nee ich habe mit elben m mcdonald da ist schon mario verloren gegangen da ist schon ja ja daher gloomy hat mcdonald draus gemacht der hat richtig spaß bei mir auf jeden fall mcdonald liberant macht ein bergflippen im hau ja das ist halt einfach geil das ist ja nicht so gut geworden ja ah nice bis bis sind Vielen Dank.